Ba, 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 ba Ich bin jetzt im Pause-Menü. Ich habe gerade mal kurz vergessen, auf Aufnahme zu machen, bin aber nur vor der Polizei geflüchtet. Da waren natürlich wieder spektakuläre Szenen dabei, aber in diesen Genuss werdet ihr jetzt leider nicht kommen. Ich bin jetzt beim nächsten Punkt und der J-Heister, glaube ich, sagt uns jetzt, weil wir als nächstes zu tun haben. Das war jetzt mitten im Gespräch, deswegen quatsche ich jetzt im Menü. Und weiter geht's. Warte, 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 warte. Wie soll ich das denn jetzt machen? Da steht hier ein Helikopter. Moment. Nee. Jetzt muss ich mit dem... Oh, das war jetzt, glaube ich, schlecht. Jetzt verliere ich sie schon. Oh, Hilfe! Jetzt muss ich hier mit dem Motorrad einen Helikopter verfolgen, oder was? Schatten, ist klar. Bei meinen Fahrerskills. Halleluja! Ah! Ah! Das ist... Oh, nein! Ja. Ich glaube, das kann ich nochmal anfangen. Ja. Ja, meine Freunde. Was für ein Scheiß. Ja, das können wir ja vergessen. Ja, Helikopter jetzt ist aber auch gut. Bams. Jetzt muss ich echt abwarten. Oh, bitte fang es doch einfach neu an, diese Mission. Was für... Das ist wirklich erniedrigend für mich. Also, darunter fahren ist schlecht. Das habe ich jetzt festgestellt. Das sollte ich nicht machen. Okay, ich bin in Position. Jetzt, was ist diese Helikopter? Warte, und... Oh, nicht los! Ja, ja. Ach, vielleicht bringt ein rotes... Nein! Motorrad mehr Glück. Am besten vorbeilaufen. So. Oh, ich muss vorsichtig irgendwo... Oh, was ein Albtraum. Ich fahre jetzt ein bisschen langsamer, weil wenn ich hier so super schnell fahre und da runterfahre, dann bringt mir das gar nichts. Seht ihr ähnlich, ne? Die Verfolgungsjagd war auch gerade herrlich. Mit der Polizei. Ich weiß gar nicht, warum die mir auf den Fersen war. Auf einmal war die Polizei da. Voll doof. Ja, in die Seite. Boah, die Sonne, das ist aber auch eher schwierig jetzt gerade hier. Ah, ja. Because it's a routine. Bloom HQ changes security protocol every day. Blackbird makes a trip over Pawnee with the new assignments. So basically, the chopper's gonna lead us to the security chief. And Bingo was her name-o. Oh, Bingo was her name-o. Kennt ihr denn das Lied? There was a farmer had a dog. Bingo was her name-o. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Und Bingo was her name-o. Und da lässt man halt immer einen Buchstaben weg. There was a farmer had a dog. Bingo was her name-o. M-I-N-G-O. M-I-N-G-O. Ja. So geht der Song. Ich mach das jetzt nicht bis zum bitteren Ende, weil sonst schaltet nie wieder jemand von euch bei mir ein. Wo ist denn der Chopper jetzt? Oh, falsche Richtung, Aiden. Aiden, Aiden, gib dir Mühe, bitte. Ja, das ist toll. Der Song ist toll. Bingo was her name-o. Also, ich kenn das nur mit his name-o, aber ist ja wurscht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? 200 Meter entfernt. Habe ich jetzt aber auch eher Glück, dass ich es geschafft habe, mit dem Motorrad hier den Hubschrauber zu verfolgen, oder? Wo ist er denn? Jetzt bleibt er hier. Verfolgen Sie den Helikopter. Check. Hacken Sie den Helikopter und finden Sie zwei Security-Chefs, ohne bemerkt zu werden. Oh wei, oh wei, oh wei. Wie soll ich den enthicken? Ah, mit Kuh. Das ging immer schnell. Oh nein. Sind das diese... Oh Gott. Sind das zwei? Ach du Scheiße. Kaufte Flug... Kürzlich Flugtickets online. Wer bist du? Sicherheitskoordine. Hacken Sie den Hel... Okay. Habe ich gefunden. Schalten Sie die beiden... Ja, ist klar. Schalten Sie die beiden aus? Wird's denn gehen? Könnte ich hier nicht gerade versprengen? Ich muss diese beiden... ...viecher hier mal loswerden. Ja, super. Äh... Abgefangenes Audio-Log von Maurice, der Penner. Wie soll ich den denn ausschalten? Ich glaube, das muss ich alles zu Fuß machen, ne? Jetzt habe ich zwei von diesen Honkos-Sponkos. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Machen wir erstmal den da. Oh, der... Oh, der Helikopter darf mich ja nicht sehen. Äh... Äh... Ähm... Wo ist der denn? Da. Kann ich den ausschalten? Und... Scharfschützengewehr! Ja, nö. Nicht wirklich, ne? Ja genau, lauft mal alle weg. Tja, wenn ich da jetzt schieße, ist der... Hier war nix. Kann der bitte abstürzen jetzt? Sehe ich hier einen von denen? Nein. Wieso stürzt der nicht ab? Du qualmst, lieber Helikopter. Oh, jetzt kommen die nahe. Oh, 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 oh. Kann ich hier in Deckung? Nein. Das ist die beschissenste Deckung ever. Aiden, bitte. Machen wir nicht wahnsinnig. Ach, du Scheiße. Jetzt haben wir zwei von diesen Monster-Cops. Wir schleichen uns jetzt hier erstmal von hinten ran. Boah, Wahnsinn. Wie soll ich das denn machen? Hm. Oh. Kann ich da in Deckung gehen, ohne dass der mich sieht? Hm. Ich brauche die Jam-Coms auf G. Okay. Ähm, okay. Wo möchtest du spielen, mein Freund? Ah, Scheiße. Ach, du Scheiße. Geh. Äh, den lauf doch bitte! Mann! Jetzt kommen diese beiden Penner, oder was? Oh, Wahnsinn, ey. Kanatenwerber. Oh mein Gott. Ich erwarte mehr von dir. Ich komme dir! Ah, da ist der. Das ist aber schwer. Scheiße. Hm? Reaper success. Ja, ähm, jetzt mache ich so ein bisschen das Camping hier von euch kaputt. Und es tut mir auch irgendwie leid. Dieser Sniper muss da weg! Der Sniper muss weg. Der verdammte Sniper muss da weg. Jetzt habe ich nur noch die beiden hier. Das heißt hier nur noch, wo ist der? Wo ist der? Was? Ich wollte den Hacken nicht zum Explodieren bringen? Nee, der fährt jetzt nicht, oder? Oh nein! Oh, was für ein Albtraum! Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Horrorauto? Wer? Aiden! Verpisst euch! Ah, ja, getötet. Natürlich. Da ist das Schienmang gebrochen. Okay. Ich sehe mit der Sonne nichts. Was ist das denn? Wo fahre ich denn jetzt lang? Ach du Scheiße. Bitte Auto, geh nicht kaputt. Danke. Ich im Auto, Leute, verfolgen. Das funktioniert doch immer super. Oh nein! Jetzt sind diese Among... Nein! Oh, bitte! Ja, das kannst du doch vergessen, ey. Ab wo muss ich den ganzen Scheiß dann wieder von vorne machen? Ach ja, 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 ja. Blah, bläh, 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 bläh. Ach, ist die entkommen? Ach so, ich dachte, die ist mit mir schwimmen gewesen. Boah, ey. Nee, ne? Oh, Wahnsinn, ey. Die... Einen hab ich schon? Moment mal. Das ist aber schlecht hier mit dem. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt sind sie ja alle wieder da. Oh Mann. Ey, das ist doch zum... Wieso sind die denn jetzt alle wieder da, Mann? Wieso spawne ich denn nicht, dass ich... Oh, fuck it. Jetzt muss die Scheiß-Hubschrauber weg. Boah, das macht mich grad echt aggro. Das merkt ihr gar nicht, ne? Ach du Scheiße, ich ziehe der mich wieder. Fuck, du Scheiße, ey. Wo ist der? Ja, ich bin doch gleich wieder tot, ey. Das kann ich doch jetzt wieder knicken. Das macht dich echt sauer, ey. Ey, der wäre ohne Scheiß. So, geh hier drunter. Mann! Ja, ich habe ein Problem. Also, das kann ja nichts werden hier. Mit dem Hubschrauber da auch noch über mir. Ja, ich bin wieder tot. Was soll ich denn machen? Boah, ist das ein nerviger Wichs, ey. Scheiße, Mann! Mann! Aggro 1000! Ja, geil. Geil, geil. Lauf doch einfach, ey. So. Wir müssen jetzt diesen verschissenen verkackten Scheißhubschrauber ausschalten. So, jetzt brauche ich gleich hier diese, wenn die beiden Honkys-Sponkys kommen. Ey, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das gerade nervt. Das ist doch die beste Deckung ever. Das hörte sich aber nah an. Geh mal. Geh mal in Deckung, mein Freund. Ja, eigentlich müsste ich jetzt direkt zu diesem Security-Chef gehen, bevor der wieder abhauen kann, ne? Aiden, bist du des Wahnsinns? Oh, wie kann ich am besten nicht gesehen werden? Ich kletter auf ein Dach. Okay, jetzt muss ich hier aufpassen. Hey, wir haben ein Visual. Wir haben ein Visual? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir brauchen Hilfe. Hey, du... Ich bin ein Zug. Ich habe einen Zug. Ich bin Unterricht. Ich habe einen Zug. Scheiße, jetzt erwische ich die noch nicht mal. Geh runter, Helden! Bist du blöd? Scheiße. Oh nee, jetzt kommen die auch noch rum! Ich erreiche jetzt echt grad einen Punkt, wo gleich die Tastatur hier durch die Gegend fliegt. Ganz im Ernst. Ja, wisst euch mal. He has a gun. Was war denn das jetzt? Wieso geh ich in ne Kamera rein? Ich wollte den Helikopter ausschalten. Okay, da kann ich... Was ist das hier oben? Komm, alles mal da! Das ist schlecht. Nein, geht's mir! Nein, oh nein, was ist das denn jetzt?! Oh Gott! Oh, ey, du bist so... Arschgeige, echt! Das wollte ich auswählen. Die spinnen doch, mit denen ist doch was nicht in Ordnung, ey. Ja, geh mal schnell wieder weg. Boah, Wahnsinn! Ich muss mal eben gucken, ob ich meinen sieben Skill-Punkte... Ich brauch die jetzt hier für... Kampf oder so. Man, ey! Das brauch ich. Boom, reinhauen. Was ist das? Hm... Ne, das kann ich eh nicht mehr. Was, das hat 5 gekostet? Okay, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Hammer! Lauf doch! Lauf doch! Ich fasse es nicht! Ich fasse nicht, wie scheiße das ist! Liebe, liebe, liebe Entwickler! Mit diesem in Deckung gehen und so, das habt ihr wirklich zum Kotzen gemacht! Boah! Boah! Ich glaub, ich sollte auch noch spielen! Ich bin so aggro gerade! Ich bin so verdammt aggro! Weil mich diese Stelle wirklich hammermäßig nervt! Aber... I'm gonna do it down! And I'm gonna do it! Und... Hier ist da noch so ein zweiter Horror... Äh... Fritze, oder? Wer wirft denn hier immer die Granaten? Wer... Wer wirft diese Granaten? Wer? Wer schießt denn hier auf mich? Wer sieht mich denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch so ein Horror-Bulle ist! Nicht Bulle! Quatsch! Gegner! So ein... Monster-Gegner! Jetzt hilft der schon wieder eine Granate! Ich muss kotzen! Aiden, lauf! Einfach weg! Wie viele hat der denn? Wie viele hat der denn? Ach Mist! So, das ist jetzt hier... Habe ich... Hä? Habe ich die beide schon getötet? Diese Monster-Viecher? Das kann doch gar nicht sein, oder? Was ist denn hier los? Scheiße! Oh, das ist wieder dieses Albtraum-Auto... Was ist denn hier los? Scheiße! Jetzt muss ich wenigstens nach ran... Ich kann ihn ja nicht ausschalten! Wenn ich hier aussteige, dann ist es das Unglügste, was ich überhaupt machen kann! Ich finde es aber blöd, dass ich gerade nicht hier nochmal gespawnt bin! Also ganz im Ernst! Wie fährst du denn? Wie fährst du denn? Warte mal, ist der auf einer Spazierfahrt oder was? Willst du deine Oma jetzt besuchen oder wie? Ist das ein Bug oder wer soll der so scheiße fahren? Scheiße! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ach du Scheiße, das verdammt! Das ist ja so unglaublich dumm! Bitte! Nein! 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 Bitte nicht! 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 Ich muss erstmal weg! Kann ich hier in Deckung gehen? Nein, ich kann es nicht. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, ich sehe jetzt überhaupt gar nichts, na? Hey, ich habe jetzt echt ein Problem, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Ich sehe wirklich nichts. Oh. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Okay, hier ist jetzt noch ein blöder Arschgein. Sie ist jetzt hier ins Blaue. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin in HQ now. Damn. Ich bin sicher, ich habe dich verraten. Warum würdest du mich verraten? Ich bin ein Realist. Lassen Sie, ich kenne ein schreckliches Virus, um mich aus ihrer Sistung zu erraten. Oh, ich sehe das an hier. Damn, ich bin gut. Und dann waltz ich in die Blume mit meinem Akzess und deine Kode. Wie ist die Sicherheit? Oh, gut. Du kannst das... Vic? Ja, ich kann hier, glaube ich, kein Auto mehr benutzen. Die habe ich alle gut kaputt gemacht hier. Ah nee, das geht. Hammer. Der absolute Hammer. So, wie es weitergeht, erfahren wir dann in Folge 41. Endlich 41. Ah, jetzt kommt hier wieder so ein... Super, vielen Dank. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut in der nächsten Episode wieder rein. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Resttag. Bis dann. Aloha. Aloha.